Hallo, Servus, grüß dich wieder bei meinem Best-Ager-Tutorial. Heute zeige ich dir eine Entspannungsübung, weil als Best-Ager ist es gut, wenn man immer recht relaxt ist und darum zeige ich dir jetzt, wie du das am besten machst. Die Übung heißt Baum, kommt aus dem Yoga, kennst vielleicht, hast du schon gehört und da beginnt die Entspannung schon, wenn du dich auf einen Fuß stößt, weil du musst dich sehr konzentrieren. Also man stößt hier auf einen Fuß, genau, da ist man schon wahnsinnig relaxt, ja, und dann musst du schauen, dass du die Arme oberen Kopf bringst und gut wäre es auch noch, wenn du die Augen zumocken kannst, damit es auch, und es ist wahnsinnig entspannend. Also noch einmal, wie gesagt, schön um, um, aufpassen, dass du nicht, es läuft so entspannend, ist es. Also, ich hoffe, ich habe dir wieder einen guten Tipp gegeben und Daumen hoch, nicht vergessen. Gutti!